Hallo zusammen, heute habe ich mir was gegönnt, oder besser gesagt, der Weihnachtsmann war bei mir. Und zwar habe ich mir von Montana Black Get On My Level Produkt gekauft, zwei Stück. Und ja, die schauen wir uns jetzt nochmal an, von der Qualität her, wie die aussehen. Wie komme ich auf das Produkt an sich, weil ich bin ja schon ein bisschen älter. Jo, ganz einfach, ich habe den Kanal irgendwann mal gesehen und habe mir gedacht, hm, ein seltsames Kerlchen, ja, aber interessant. So, dann habe ich ihn erst mal auf Seite geschoben, abonniert und auf Seite geschoben. Anschließend bin ich dann auf dem Kanal, wie hieser, wie hieser, wie hieser, ganz so gut. Ja, das war dann eine harte Kost, weil da kieser drunter lief der irgendwie über so Straßenbahnschienen, blecken Oberkörper und er meinte irgendwie, er hätte kein Sex gehabt, also ganz sicher, der verstürmt. Jo, dann waren die zwei Sachen erst mal weg. Und ja, und dann habe ich auch einmal zufällig wieder von Tanzverboten ein Reaction Video gesehen bei Montana Black. Das fand ich auch wieder interessant, dann bin ich wieder auf die Seite von Montana Black. Und habe mir dann seine Videos angeguckt, und was soll ich sagen, jetzt gucke ich jedeses Video von ihm an. Weil das sind echt coole Sachen und, ja, teilweise sehr lustig und vor allem, was ich richtig cool finde, ist auch extrem tierlieb, Naturfreund auf jeden Fall, ist auch mega cool, finde ich auch, sehr geil sowas. Weil in heutiger Zeit denkt kein Mensch mehr an die Natur oder an die Tiere. So, ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen was gelesen, habe ich auch gedacht, Leute, was ist das für eine Scheiße, da hat einer einen kompletten Karton mit, ich glaube, 30, 35 Kanar-Empfügel reingetan und in den Karton zugemacht und irgendwo hingestellt am Straßenrand und dabei Minus-Temperatur und das ist, Leute, warum macht man sowas? Also, verstehe ich nicht. Ja, genug gelabert. Und im Grund dessen, habe ich mir jetzt mal zwei Sachen kommen lassen, um zu gucken, wie das Produkt ist von dem, weil viele Leute kaufen die Bücher etc. und Hoodies. Gen-Hoodies kaufe ich mir auch noch, weil die finde ich auch ziemlich nice. So, aber jetzt schauen wir uns erstmal die zwei Sachen nur an, nur in Anführungsstrichen. Ja, einmal gibt es hier so ein Set und zwar sind das so Untersetzer für Gläser, also die finde ich auch mega nice, weil die habe ich jetzt auch schon früher zu Weihnachten benutzt, also um die Gläser, Tasten draufzustellen und Glühwein und so weiter. Ja, aber meine Frau meinte auch, ja, das sind ja normale Plastikdinger, nee, finde ich nicht und nachher hat sie auch gesagt, nee, die sind echt cool, weil wir hatten vorher so Korkdinger und die Korkdinger sind so ätzend, da stellt man ein Glas drauf, die sind dann so ein bisschen feucht vom Eis her, dann hebt man die hoch und dann hängt der Deckel da drunter und dann klappt der Radarisch, ist der Deckel auch wieder weg. Ja, das machen die hier nicht, weil die sind sehr stabil und rutschfest, man kann sie gut sauber machen auf jeden Fall und auch dann get on my level, merkt man, das ist jetzt nicht nur so aus, aufgedruckt in dem Sinne, sondern man kann hier mit dem Fingernagel richtig zwischen die Buchstaben gehen und ja, fühlt sich hochwertig an, sieht super geil aus am Tisch, ich habe jetzt hier auf meinem Arbeitstisch eins, zwei hinten im Wohnzimmer und eins als Reserve, ja, auf jeden Fall, das Produkt ist schon mal mega nice, hätte ich nicht gedacht, also das ist schon mal echt geil, top Qualität, also ich habe echt gedacht, da kommt jetzt so ein 1-Euro-Shop-Krempel an, aber ne, das ist schon mal geil. So, und übrigens, das ist jetzt hier kein Schleimvideo, falls das jetzt irgendeiner von Montana Blacks Freunde sieht oder sonst jemand, das ist jetzt meine eigene Meinung, wenn euch das nicht passt, schaltet einfach ab, Hände aus, Mickey Maus, ne. Ich habe es auch nicht geschenkt bekommen oder sonst irgendwas, ich habe es mir selbst gekauft, weil ich finde die Klamotten eigentlich ganz gut und zwar haben wir hier ein Shirt in so einem Camouflage-Look und wie man es dann hier sieht, ja, ich weiß nicht, ob man es auch in der Kamera sieht, hier ist auch schön Montana Black drauf und dann hier sein Logo. So, packen wir mal aus. Ja, das kann man so besser sehen, glaube ich, ja, also man gibt sich schon gut Mühe in der Verpackung auf jeden Fall schon mal, sieht schon mal richtig gut aus. Es war auch eine Besiekenkarte, äh, eine Besiekenkarte, Quatsch, ähm, oh, Maschallah, ähm, wie nennen die, ähm, na, Autogrammkarte, aber leider ist sie zerrissen. Also, die waren in der Mitte durchgerissen im Transport, schade, na gut, kann man nichts machen. So, jetzt schauen wir uns das T-Shirt mal an, so, ja, ist auf jeden Fall so ein Camouflage mit so einem, ja, Militär-Grün, ja, mit so einem Militär-Look. Dann geht auch mal Level drauf, dann ist natürlich hier noch so eine Karte dran, auch ziemlich cool, ich weiß nicht, ja, falsch ob. Was man sieht, ja, ja, hier ist so ungefähr, da ist auch das Logo drauf, dann hier hinten Montana Black, was man auf jeden Fall merkt, wenn man mit den Fingern drüber geht, das ist jetzt nicht so aufgemalter Kram in dem Sinne, ist schon auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig. Dann hat man hier natürlich hinten im Kragen auch nicht irgendeine aufgebügelte Plastikkrempel, sondern richtig draufgestickt nochmal das Logo, auch richtig cool. Dann hier in dem, ja, wie nennt man die Dinger, ja, hier, in dem Zettelchen hier oben ist nochmal so ein Logo drauf. Ja, dann, auch richtig geil, finde ich, ist hier unten nochmal so ein Sticker aufgenäht. Also fühlt sich auch sehr hochwertig an, also fühlt sich an, als wäre das so ein bisschen Santan, Leder mäßig so, ja, irgendwie sowas. Ja, dann haben wir hier den Waschzettel, den man so gut, ja, man lernt den Waschzettel, glaube ich, oder? Ja, ja, da ist auch nochmal sein Logo drauf und vertrieben wird das wohl in Hamburg und hergestellt in der Türkei. Ja, vom Geruch kriegt man gar nichts. Also, das ist jetzt nicht so wie beim, bei den Billigläden, da für 2, 3, 4, 5 Euro, bitte uns, die stinken bis zum Himmel, etc. pp. Und die kann man eigentlich gar nicht mehr anziehen. Da muss man die schon 3, 4, 5 Mal waschen und dann, ja, da sind sie entweder eingelaufen oder das Schwarze ist nicht mehr schwarz, sondern eher grau oder fleckig. Ja, das kann man direkt so anziehen. Das werden wir jetzt natürlich auch tun. Irgendwann später. So, ist jetzt in der Größe L. Na, ich stelle mal kurz auf. Das hätte jetzt, sagen wir mal, eine Nummer größer sein dürfen, weil, ja, der Weihnachtsbraten ist hier noch drin, ne? Gut, da muss man dann gucken, dass der Weihnachtsbraten mal wegkommt. Und dann passt das auch, ne? Also, optisch ziemlich nice, fühlt sich auch sehr gut an. Also, von der Qualität kann man nicht schmeckern. Ganz im Gegenteil. Also, ich bin überzeugt. Ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar Sachen holen. Vielleicht schon ein Käppi, aber mal gucken. Käppi finde ich nicht so, ja, ich bin nicht so der Käppi-Mensch. Mal gucken. Aber ich finde die auch cool. Die sehen auch irgendwie interessant aus. Ja. Hoffentlich hat das Video euch gefallen. Mir ja, weil es sind super Produkte. Daumen drauf, abonniert den Kanal. Und schaut mal bei Montes Shop rein. Also, lohnt sich. Hat gute Klamotten, auch coole Jacken und so hat. Und auch Sporttaschen und so weiter. Und da fangen wir mal selber rein. Ja, also, sind wir schön überlegen. Hoffentlich hat das Video euch gefallen. Daumen drauf, abonniert den Kanal. Ciao, bis zum nächsten Mal.